Jetzt! Yo! Hallihallöchen! Hier ist der Papa! Mit seinen verrückten Kumpan, dem Darkie, den Knusper und dem Unity! Hallo! Ihr guckt uns zu! Hallo! Ihr guckt uns zu! Genau! Ihr guckt uns zu! Interessiert vielleicht keine Sau, aber wir spielen jetzt einfach mal eine Runde Schockl! Ja! Du bist heute wieder schön abgehackt! Das ist voll geil! Ja, das ist toll, ne? Shellshock Live, wer kennt... Warte mal, Darkie, du kannst eigentlich schon was dazu sagen. Woher kennt man's denn? Shellshock Live kennen wir aus dem Live-Mitschnitt vom letzten oder vorletzten Livestream. Bei dir, vom Knusperkopf. Ja, das meinte ich jetzt aber eigentlich nicht. Ich meinte das Spiel an sich. BALLERBURG! BALLERBURG! Im Prinzip besitzt man einen Panzer. Hier seht ihr ja schon einen lustigen Panzer. Und im Prinzip versucht man sich mit verschiedenster Munition und Winkeleinstellungen und hin und her fahren und ein bisschen tricky verstecken. Eigentlich im relativ simple Spiel. Aber halt, man versucht sich dort so zu machen. Ja, voll geil, Mann! Das machst du voll Laune! Ja, das ist irgendwie viel zu... Eigentlich zu billig, um geil zu sein, aber schon wieder richtig cool. So, bevor wir jetzt noch Jahre lang rumquatschen, wer macht denn eigentlich den Timo? Ich wahrscheinlich nicht. Du, ja. Wieso den Timo? Was ist das? Der Timer! Oh, nee! Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin so schön alleine! Juts! Nein, was muss ich machen? Unity, du hast unten so einen Weapons-Button. Da klickst du drauf, suchst deine Waffe aus, stellst mit W-A-S-D deine Winkel und Pipapo ein. Ach ne, mit der Maus, ne? Siehst du deinen Winkel so hin und her und dann musst du irgendwann noch Fire drücken. Äh... Hey, warum konnte ich jetzt nicht schießen? Ach so, wir sind Teams! Erst dürft ihr, dann dürfen wir. Ach so, ach so? Also, ähm, wir... Mit der Maus. Einfach die Maus halten und diesen weißen Strahl. Ach so. Also wir beide gegen die beide, okay? Ah, jetzt seid ihr dran. Ach so. Also unten Weapons auswählen, irgendwas Lustiges. Jaja, ich hab eingeloggt. Warte, ich mach jetzt mal das da. Und... Fire! Angst! Oh scheiße, ich war... Angst! Nicht weit genug. Hm. So, möchte eigentlich... Mir fällt grad was ein. Möchte eigentlich jemand noch was zu der Musik, die im Hintergrund läuft, sagen? Ja. Wie schön. Mein großes Idol. Der liebe, gute Bud Spencer hält meine Jugend und nicht nur meiner Jugend, sondern viele, äh, Jugendenden. Ganzer Generationen. Ganzer Generationen. Im Prinzip einer ganzen Generation von den 70ern bis zu den, bis zu den, eigentlich bis jetzt, ähm... Bam, bam. Ja, ist leider schon letzte Woche gestorben. Wir wollten ja eigentlich auch ein... Auch ein Dings machen, ein, ähm... Gedächtnis-Livestream. Aber das hat es nicht funktioniert. Gedenk. Wird aber wahrscheinlich noch... Gedenk? Ja. Nie Gedächtnis. Doch, wir haben... Wir gedenken ja an ihm. Das ist ja ne Gedächtnis. Ja, aber nie Gedächtnis. Dann ein Gedenk, Mann. Ah, okay. Äh, Livestream machen und, äh, ganz ehrlich, äh, ja. Den machen wir auch noch. Wir vermissen dich, Paddy. Den machen wir auch noch, auf jeden Fall. Ohne Quatsch. Oh, der war geil, der war geil, der war richtig gut! Jawoll! Aua. Kapuut! Aua. Aua, man! Ähm, dieser lila ne Kreis, lieber Unity, da kannst du jetzt nicht durchschießen. Das ist so ein Spiegel, der, der bau bau. Ich hab nur scheiß Waffen gerade, du. Das passiert bei meinem Papas Schlumpf. Guck mal. Bäm. Oh, oh. Oh, oh. Perfekt getroffen, ey. Oh, ja geil, die eigene. Nice. Oh Gott. So. Ja. Ja, man hat ja verschiedenste Waffen, bei mir seh das gerade, bei den anderen wahrscheinlich auch. Wolltest du jetzt gar nichts mehr dazu sagen? Okay, alles klar. Ich bin jetzt gerade verwirrt Zu der Musik im Hintergrund Ja natürlich Also ich hab mir jetzt direkt auch mal Was ich schon seit ewig machen wollte Mal die DVD Sammlung jetzt abonniert Wollte ich schon ewig machen Jawoll Und BOOM Kill man So wird das Spiel gespielt Und ich hab dir auch direkt Direkt noch ein T-Shirt bestellt Zur Zeit ist halt alles schwierig mit bestellen Ich wollte das alles eigentlich schon Viel früher gemacht haben Aber naja gut Und ich hatte das gleiche Problem wie der Gronkh Alles ab L ist ausverkauft Es ist alles ausverkauft Da kannst du egal welche Größe nehmen Warum haben wir denn jetzt eigentlich Team Battle? Macht mal Deadmatch Macht mal hier Free for all? Nee nicht viel for all Warum ne? Weil da glaube ich Leute rein können Ach ach hier können keine anderen rein Ja gut Wie lang machen wir eigentlich? Weil das ist ja das Problem Wir können jetzt mitten in der Folge aufhören Mitten in der Ich würde sagen wir machen So vier, fünf Runden Ja ich würde sagen wir orientieren uns an 20 Minuten Und gucken halt Wenn es sich nicht mehr lohnt Dann hören wir halt eher auf Also ihr seht ja wir fangen gerade neu an Also es wird auch wahrscheinlich ein Ich weiß nicht ob es Let's Play wird Aber ein Let's Test Let's Spiel oder irgendwie sowas Let's Funny man Let's Funny Genau Let's Funny finde ich geil Also wir sind jetzt alle gegen alle Bin ich denn Alter ich stehe unten direkt im Karten Hallo knurrst mein Kopf Was denn? Wüsste ich jetzt mit mir anlegen? Bist du sicher? Was für ne Waffe ich ähm Exploded instant wenn die trifft? Fiern es einfach heraus Der Schocker Du ganz ehrlich kamen wir nicht mehr Boah alter direkt alles noch Oh 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 Au 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 Na? Du bist so arschig mal Ach das warst auch noch Du? Na aber selbst verfreilich ich habe eine glock alter die halte ich die klemmer einen kopf nicht so nah zu mir ob das was wird ich bezweifle ich habe schon lange aber ich habe auch schön getroffen ja das muss man dir lassen ich komme auch gerade nicht mehr raus ich weiß noch nie irgendein idiot hat mich hier runter geballert ich mache noch das hier dann manchmal bin ich schätzen überraschung nein daneben was ist dieser rollo für einer übrigens man kriegt hier ein level lieber unity man kriegt hier ein level und kann dann bessere waffen kaufen das lied ist so geil das hatte ich letztens am samstag bin ich fahrrad gefahren mit kumpel und da sind wir halt so ein bisschen rum gefahren und ich habe meine kleine box im rucksack jawoll unity ja weiter 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 und da lief das lied weißt du und ich schon voll auf dem fahrrad auch man so ich treffe ich habe kein jetpack oder sowas ja lass mich mal in ruhe deine mutti ist jetpack man da muss man draufsteigen um hoch zu kommen da lebt ja immer noch ja alle gehen auch mit ist gar nicht wahr nur ich lalalalalalala und vor allem habe ich so mega geile zufalls wiedergabe auf meinem mp3 player ich weiß nicht worum sich die lieder andauernd wiederholen ich habe keine ahnung auf jeden fall jawoll ja kommt rüber ja kommt zurück auf jeden fall kam das lied dann öfters das war ganz lustig ach man kann nicht der tapete da übrigens hier oben siehst du mal unity hier oben ist ein orangenes und ein blaues loch das sind so gerne eingezogen genauso so wort dinger also beim ein geht es rein beim anderen raus okay ich habe nie getroffen das war ich habe auch versucht wo ist denn meine jetzt hin ich will fahr'n warte komm mal lieber spät wie Lidu ich schmeiß mit Fischen ihr Schweine da fängt er wieder mit seinen komischen Fischen an Alter wie geht's los ich hab den Pidu mehr getroffen den krieg ich jetzt mal nein nicht noch mehr ja Fische aber wie die Reaktion ja was denn du hast noch volles leben mit zu doch nicht so als ob was ich habe drei viertel leer ja schau guck 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 doch Peter Bär du wolltest ja nie anders ne hast du gesagt worum? haha jetzt bist du dran mein Freund äh äh komm komm schade oh nö ich seh schon wie der Pidu wer auf mich visiert das finde ich nicht nett was? doch nö was? pfff der will die Punkte für dich einsacken wer spielt denn da hinten mit diesem pinken Ball rum? doch ich lebe noch! ich lebe noch! ach so ich wieder nie ne danke haha uuuuuh der war ne kuja kuja aah baaam alter k ihr kleinen Exegel haha dat war jetzt Teamwork sag ich dir aah ok was war denn das Teil was ich gerade benutzt hab? irgend so ein Teil was ich runtergegript das war so ein Digger ein Digger nennt er sich das ist wie so ein wie so ein wie so ein wie hießen die? was war denn das Teil was ich grad ja die haben sich gegenseitig gekegript oh man ja man haha Darky Priest ist der Gewinner Flair alter alter was die wenigsten Punkte oder? hey level up man yeah tank upgrades muss ich die Waffe irgendwie neu auswählen oder? ne 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 du kriegst die Waffen alle per Zufall ne die kommen ab und zu achso ok äh meine frage kriegt ihr auch neue Maps? ne ne ja doch mapanlack fail city achso ist schön so moment ich muss erstmal wieder ähm tank ich hab wieder einen Punkt zu verteilen ach und die Waffen werden dann auch besser umso mehr man in einen Maps genau und man kann auch die ähm bei tank kann man im Prinzip dann auch Punkte verteilen und so ach so ja ich hab jetzt keinen deswegen blöd ne ich hab grad einen gekriegt so ich bin äh roger naja moment moment ich muss mal gucken wo ich den jetzt einsetze hier hm hm hau mal wieder Bart Ports kann ich eh nicht machen Weapons nur bald kriege ich ein Upgrade stimmt so im ready oh helle hölle obelisks ja ja ach du kannst die nicht wählen oder sowas ja mach zufällig wieder ne ja mach mal bitte random map ist cool Also, bereit? Mag ich schon mal am liebsten bei sowas. Nee, bereit? Naja, ich würd sagen, wir sind jetzt bei 12 Minuten. Die Runde machen wir noch. Genau, und dann verändern. Nur genau. Nur genau. Nur genau. Nur genau. Warum muss ich denn schon wieder Ready klicken? Maaan. Jedes Mal so Junge. So, schau. Alter. Wo bin ich denn? Ihr Pädobär. Ich will ja nichts sagen. Wollen wir nicht einmal die Granaten beim Pädobär reinfallen lassen? Das wär schön. Du Kleiner. Du Kleiner. Alter. Ich hab meine neue Waffe direkt mit zur Auswahl. Du bist mein erstes Opfer. Ich mach das hier zum Pädob. Boah, der schießt zu mir. Unity. Ich seh's genau. Der Winkel stimmt. Ich hab ganz leicht geschossen. Ich hab ganz leicht geschossen. Nein, ich wollte nur dieses zweimal mehr Schaden haben. Jetzt bist du dran. Boah, Treffer. Hahaha. Ihr seid doch solche Säcke hier. Einen. Oh, das hast du ja nicht anders verdient, Junge. Das hast du ja nicht anders verdient, Junge. Das hast du ja nicht anders verdient, Junge. Das hat genau gestimmt, Junge. Ich hab auch... Junge. Ich hab auch noch... Ich hab auch noch was für dich. Wo ist die Airstrike? Wo ist Airstrike? Oh, kein Airstrike! Oh nein, ich hab selber ab. Guck mal, woher ich bin. Guck mal. Guck mal. Lande. Nein. Geh weg. Pssst. Treffer, Blair. Hahahaha. Alter, leck mir doch die Füße. Nein, du sollst keine Füße lecken. Wieder deines Nächsten. Hahaha. Ich nehm mal die Fische. Die hab ich grad geschenkt bekommen. Fische. Nice. Schöne. Fische. Da sollte der gar nicht hingehen. Ich dachte ich... Junge. Junge. Hier kommt gleich der Junge. Lille Ball. Hahaha. Jawoll. Hahaha. Da hat er mich mal kurz eingestampft hier. Hahaha. Leck mir was. Ist ja mal gut hier. Der ist aber nicht schlecht. Jaja, der ist nicht schlecht. Der ist nicht so schlecht. Der ist nicht so schlecht. Richtig. Warte mal Junge. Das war... Junge. Guck mal Junge. Feuerball. Hey, warte mal halt. Ich mach Feuerball. Mach Feuerball, Junge. Das Ding lag dir genau unter die Räder. Das war eine gute XP. Ähm... Das war eine gute. Was ist denn das? Oh Gott, jetzt komm's. Große Finale. Oh nö. Na pass mal auf. Stark, ich schieß's auf mich. Nee, nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Normalerweise nimm ich auf den hier. Hahaha. Alter. Boah, was ist das denn? Alter. Boah. Was ist das das Böse? Was ist das denn? Warum hab ich sowas nicht? Grand Final. Das haben nur gute Menschen. Hahaha. Und jetzt kommt Flammenwürfer, Junge. Junge. Mag den Pedo jetzt nicht. Alter, jetzt hat solche Säcke. Haha. Ich hab grad den perfekten Winkel zu dir. Es tut mir ja leid. Nein. Oh nee, Alter, sag ich jetzt nicht. Junge. Junge. Feuer. Feuer. Frei. Fisch frei. das war meine granaten die ich durch das portal zu dir geschocken habe gesundheit wenn ich jetzt hier fliegt das dann weg oder ist das eine begrenzungen keine ahnung ich glaube unten unten ist glaube es sind keine begrenzung alter alter gib mir die dinger aha meine jetzt jetzt wisst ihr was er habe was es war habe ich eigentlich jetzt den darky getroffen ja hab ich alles gut ich glaube schon ich mache mal das einfach easy peasy hier mal ganz ganz ja da ein bisschen jetzt hast du frei bahn freie bahn mit marzipan so ich hätte gerne mal neue waffen das wäre geil so meine lieben zuschauer wie ihr seht wir kriegen sich die drei roten panzer welche drei roten ich bin grün habe ich mache noch mal ich mache noch mal da wo ist denn wo ist denn meine neue mann die ich seit level 13 habe ich bin klar das kann jetzt schon mal eine mutter voll getroffen schön darky wurde gebrutzelt das ist irgendwie aesthetic gewesen hieß das ich wüsst jetzt nicht genau was das macht obwohl es erst mal zu beten chicken Ficken! Kentucky schreit Ficken, was? Kentucky schreit Ficken, Mann. Ui! Was geht denn bei dir? Das war jetzt gemein. Magst du mich jetzt nicht mehr leiten? Joa. Joa. Paya. Warum schießt eigentlich Unity auf mich, wenn ich schieß die ganze Zeit auf Darkies? Nein, da schießt es auch auf mich. Ach, ne, der schießt jetzt auch. Ups. Oh, Mann. Meins. Meins, meins, meins. Du darfst nicht, du bist raus. Ich hatte schon. Dum, dum, dum. Riesenfeuer, Mann. So, hier geht's. Bam, bam. Du ein Aquarium, Junge. Riesen-Aquarium. Was machst du eigentlich mit deinem komischen Headset? Um Himmels Willen. Du sprichst wohl noch nie, was die hier machen. Ich hab grad was gefunden, Mann. Aus was? Aus der Tonne. Also, wo genau? Aus der Regen. Aus der Regen. Aus der Regen. Ne, Junge. Ja, schön. Boah, Alter, seit wann geht denn ein Sniper-Schuss nach unten? Bei dem der Luftangriff von oben kommt. Oh, also übrigens, Unity, dieses lila Ding über dir ist eine Reflexion-Wand. Das ist eine Reflexion-Wand, Junge. Reflexion, Reflexion, deine Mutter und Reflexion. Aber das, ich find's echt schön, dass mein Panzer hier so gut zubaut. Ich hab mich selbst, ich hab mich selbst, ich hab mich selbst, ich hab mich selbst für mein Zeichen gebraucht. Toll, toll, ich hab... Schönes Ding. Oh, nee, oder? Ihr macht komische Sachen. Ich hab mich so gefreut, dass ich gerade was gekriegt hab. Wir wollen ihn so zerrollen. Junge. Ich will rappen, ich will ne Banane schießen. Du bist kaputt, Junge. Na gut, ja, ich weiß. Du bist kaputt. Ich mach mich selbst kaputt, ja gleich. Wacht doch mal ab. So, jetzt. Das Battle of the Battle. Oh. Bam. Das kann noch ein bisschen dauern. Hier, der Noob Battle ist am Start. Scheiße. Was, Noob? Deine Mutter, Noob? Warte ab, hey, Superball. Hier, voll, voll Granate, Superball. Jetzt kommt Superball, Superball kommt zu dir. Böh? Was war denn das? Was war denn das? Boing. Boing. Toll, Superball. Scheiße. Nein. Aber das hier. Feuer. Feuer. Toll. Alle Klasse. Jawoll. Jawoll. Jawoll, der Neb. Oh, jetzt kriegen die schon wieder neue Waffen. Voll ungeil. Wieso. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr... Wieso gibt's... Gibt's... Gibt's ja auch... Gibt's ja auch Ego Perspektive? Boah, das wär's noch echt. Boah, ja. Knapp. Jawoll. Hürr. Was war das denn? Unit jetzt ging er. Ach, nee Quatsch. Boah, ah nee Quatsch. Boah, du 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 du. Boah, du 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 du. Boah, du 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 du. Man gucken, wenn dann die Waffen Uffgrades noch kommen, ey. Oh, der Kaktus funktionierte nicht. Oh, was macht das Ding? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Kinder das ist wieder nach oben ja die Bilder heißt das Ding der Karte guck mal guck mal kreuzten was glaubt genau zu tun? Unity mal Darky Freeze ja wenn man das ja mal nein daneben daneben die Folge wird übrigens überlängebleh der ist 20 Minuten rum aber ist erst mal zweitens auf jeden Fall ist das halt ein kleiner Nachteil wenn man schon tot ist weil man sitzt halt bloß nicht rum Feuer Junge ach man ja aber wenigstens ein ja alter ja man kann den 2 Minuten trotzdem noch beim Spielen zu gucken ja ich hab das mit den Items immer noch nie verstanden ich auch nicht ich hab da keine was mach ich denn da ich kann dich perfekt und dann trifft er nicht weißt du das ist schön ich hätte dich theoretisch mit einer Rakete auf Junge theoretisch ist das aber nie getroffen Mann mach Junge hätte der Hund nicht geschissen hätte er einen Hase gef... richtig viel zu weit oh nooo das würde mich auch mal interessieren das ist ein Teleporter wenn du auf ein... bei dir auf Item gehst hast du ganz oben Teleport 1 alles klar Feuer also Level 1 warte BOOM BOOM hehehe das ist auch die fieses BAM mein Freund Alter Schwede BÖS BÈS JUNGER BÈS NEIN Alter, wie ihr gleich das kriegt. Double Damage. Feuer. Scheiße. Voll die Schneise reingeballert. Ja, schön. Ich freue mich nie, dass der gewonnen hat. Der hat sogar ein Sternchen. Warum hat der ein Sternchen? Ich bin MVP. Ich bin MVP. Das heißt, man ist ja... Most Wanted Player. Most Wanted. Age of Positive in deinem ganzen Leben war der Aids-Test. Also gut. Sollen wir mal eben abmoderieren? Der angemoddet, der muss auch abmodden, weil wir sind jetzt nämlich zu dritt. Und dann müssen wir das wahrscheinlich so handhaben. Und ich würde trotzdem sagen, meine lieben Leute, besucht mal den Papa... Wie heißt Papa? Papas LP? Jop. Genau. Papa ist LP. Ja, unten in der Beschreibung. Unten in der Beschreibung. Genau. Wie immer. Bis neu, ja, bis schön. Tschüss. Macht's gut. Ne, wer macht abmodi, egal. Scha, Petsi, paar. Macht's gut, meine Lieben. Und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal hast du geschrieben. Bis zum nächsten Mal, ich weiß nicht. Das ist wie... Das ist wie... Das ist wie... Das ist wie Baustelle betreten verboten. So. Halt den Maul. Also gut, bye-bye, mein Lieben. Ciao. Ciao.